Hallo Leute, betreten wir die grausame, gruselige Schattenwelt und die verlorenen Wälder und... Ist die Musik da? Was? Warum spielen die meine Musik nicht? Oder die Musik, die man in den verlorenen Wäldern erwartet? Und warum spielen die so Standardmusik da? Okay, ich gebe dem Level so lange Chance, bis das Level endet. Oh, cool, Hände. Und ich weiß nicht, wo ich lang will. Ja, was erwartet man in den verlorenen Wäldern? Okay, hier muss ich fackeln oder so. Ja, ja, ich erkenne es, da hinten sind Dekus. So, und entscheidend... Boah, gehe, 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 die Ehe. Noch mehr fackeln? Dann bleibt uns ja noch eine Wahl, wo wir lang gehen können. Und zwar noch unten. Hier gibt es ein Schild. Tingle, Donner. Uh, hin sieht das Wald, 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 Wald. Wälder, Wälder, Wälder. Perfekt, super Schild. Tingle, ohne dich, was wäre ich ohne dich? Okay, das sieht mir nach einem sehr komplexen Level aus. Oder es gibt sie jedenfalls als ein sehr komplexes Level aus. Okay, Halt und Schatten, Link. Wow. Aber hier gibt mir ja mein erstes Mal am Pakistalle. Boah, das war Epic Fail. Keine Pakistalle für mich. Nein. So was muss bestraft werden. Garnon ist der König, der Fenstern ist. Oh, das kommt als Epic Battle. Garnon gegen Fatih. Bum, bum, bum. Hierbei brauche ich diese blöden Fackeln oder was ich hier auch mal brauche. Den will ich endlich mal haben. Ich bin zu blöd, um den kaputt zu machen. Wow. Oh. Sehe ich schon, das wird nichts in diesem Level. Ganz so gar nicht, das wird nichts. Und das ist ein ganz normaler Block. Ich fahre kacke. Ihr könnt brennen, ich will auch brennen können. Oder, ne, ich will nicht brennen, sondern ich will selber Sachen zum Brennen schicken. Oder so. Oh, wer hätte das gedacht? Man braucht einen Schlüssel hier. Oh. Boah, was nehme ich? Ich will beides haben. Äh, ich glaube, ich will die haben. Weil für die Pegasus-Stiefel habe ich noch keinen Einsatz gesehen, das Jahr. Ich war ja noch nicht überall, aber dafür habe ich noch keinen Einsatz gesehen. Herz ist gut. Aber dann will ich erstmal hier dann. Hui. Ich gehe die Sache so blöd und komplex an. Ja. Wie gesagt, ich gehe die Sache richtig blöd an. Ich kann keinen Schattenling mehr besiegen. Wie geil ist das denn? Ja, ja, ja. So blöd bin ich nicht. Das kriege ich schon hin. Gerade so. So, und hier unten ist hoffentlich eine Mondpferde drin, sonst... Okay, gut. Dann weiß ich ja mal hin, wie ich vielleicht weiterkommen kann. Ein Schritt nach vorne. So, und ich meine, hier war das irgendwo. Genau. Hey. Oh ja, oh, oh, oh. Oh, die will ich haben. Ich kann brennen. Nein. Gib mir meine Lampe, danke. Mehr habe ich nicht gewollt. Jetzt gibt es so viele offene Möglichkeiten. Als erstes Mal diese Truhe da unten, wo garantiert nichts Wertvolles drin ist, weil die viel zu offensichtlich ist. Wie gesagt, wie gesagt. Okay, jetzt sind alle Wege offen für mich. Ich kann gucken. Yeah. Will ich ihn lang? Ich weiß es nicht. Aber ihr blöden Hände. Ich weiß zwar nicht, was ihr mit mir macht, aber ich will nicht, dass ihr was mit mir macht. Okay, kann man den Felsterbomben? Biene! Äh, Bienen mag ich nicht. Nein. Okay, hier ist noch ein Portal. Ha, brennen. Was? Wir schaffen gerade das. Magische Kreaturen. Okay. Okay. Was gibt es hier? Was willst du? Was machst du hier? Oh. Ja, genau. Ja, ja. Noch eine Hilfe oder zwei oder drei. Oh, nein. Ach so, nur Gegenstände merken. Ich dachte, ich muss Typen ohne die herbringen. Oh, gut. Okay, ich muss doch Sachen herbringen. Wasser, Öl, Krug, Busch. Gibt es hier alle hier? Oder muss ich echt raus? Ja, ich muss auch. Busch ist hier unten gleich. Wasser, Krug, Öl, Krug, Busch. Nee, okay, wollen wir das mal holen? Jetzt wissen wir jedenfalls schon mal, wo wir irgendwie lang wollen. Wir wollen erst mal ein Wasser Krug wollen. So, jetzt müssen wir noch gucken, wo es ein Wasser Krug gibt. Hm, hier oben vielleicht. Stirbt auf meine Hände, aber ich will mich nicht mit euch anlegen. Ich habe schon wieder keinen Plan, wo ich bin. Hm. Warum? Boah, das war blöd. Ja, wie gesagt, ich kann mit ihm nicht mehr kämpfen. Den kriege ich da auch nicht weg, oder? Nee. Wo komme ich zu der verdammten Wasser Krug? Wo könnte er sein? Oh, ich bewundere Graf Garnon. So, okay. Ja, das ist echt ganz schön kompliziert hier. Das ist nicht easy going, mal hier schnell durchrennen. Was wollt ihr? Hm, hm. Da hinten gibt es noch was. Ah, da war ich schon, das ist der Anfang. Ja, das war es. Sagt einer von euch was zu dem Schlüssel da? Äh. Okay, anscheinend ist hier irgendwo ein Loch. Yeah, ich werde ein Laubkerl. Ja, ja, ja. Anscheinend will ich eine Schraufel haben. Da bin ich jetzt auch draufgekommen. Toll. Ja, ich werde ein Laubkerl. 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 Und die Schaufel kommt garantiert niemals. Also, ich nehme an, da hinten ist der Schaufel. Der Schaufel! Die Schaufel. Und, ja. Wie ich da rankomme? Keine Ahnung, ich brauche den Schlüssel. Wo gibt es den Schlüssel? Ich weiß es nicht. Nein, du kriegst mich nicht. Oh Gott, oh Gott. Das ist keine neue Ewigkeit. Darum dieses Level. Ich habe noch fast nichts erreicht. Oh, hm. 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 Oh, hm.